Freunde, Tore fallen dieses Jahr nicht mehr. Was stattdessen erfällt, das erfahrt ihr jetzt in FC Endzeit. Was fällt stattdessen? Richtig, Tannenbäume. Wir fällen für euch Tannenbäume. Und wenn euch der hier zu groß ist, dann natürlich auch in kleinerer Ausführung. Und weil starke Teams starke Partner brauchen, machen wir das nicht alleine. Kommenden Samstag am 11.12. sind wir ab 9 Uhr zu Gast bei der Finanzkanzlei Südbaden. Und dort könnt ihr euch die Bäume kaufen. Und außerdem gibt es ein bisschen Glühwein und noch andere Leckereien. Wir sehen uns Samstag an der B3 in Augen.